Ich war hier an einem ganz tollen Ort und habe hier die Ausbildung zur Entspannungstrainerin gemacht. Ich bin sehr oft an meine Grenzen gegangen und vielleicht sogar noch öfters über meine Grenzen. Aber es war eine ganz tolle Erfahrung. Ich habe unheimlich viel mitgenommen und ich kann es jedem nur empfehlen. Vielen Dank.